Ich möchte in diesem Video nochmal klar machen, warum es keine gute Idee ist, Eier von geretteten Hühnern zu essen, beziehungsweise, um genauer zu sein, Eier von geretteten Hühnern zu essen und das nach außen zu kommunizieren. Im letzten Video habe ich es ja schon erklärt, in diversen Podcasts auch schon mal, aber jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, natürlich in einem Vakuum betrachtet. Sagen wir, man hat einen Huhn aus einer Massentierhaltung gerettet, hat diesem Huhn ein super Leben in seinem Zuhause gegeben, das lebt jetzt im Garten, legt jeden Tag ein Ei, ja, ein paar Eier isst das Huhn selber, aber nicht jeden Tag eins, was mache ich mit den Eiern, die übrig geblieben sind, schmeiße ich die weg oder esse ich die? Auf den ersten Blick entsteht natürlich kein Problem, wenn ich diese Eier jetzt esse. Wie gesagt, wenn wir im Gedankenexperiment uns befinden, in einem Vakuum betrachte ich mal. Das Problem ist aber, das ist das Problem, die Realität sieht so aus, dass wir nicht in einem philosophischen Vakuum leben, sondern in der echten Welt und hier kann folgendes passieren. Ein mögliches Szenario wäre zum Beispiel, man macht mit diesen Eiern, verarbeitet die in einem Kuchen zum Beispiel, lädt Freunde ein zu einem Geburtstag oder sonstiger Festivität, man genießt diesen Kuchen und die Freunde fragen nach dem Rezept, wie das ganz oft passieren kann. Und man sagt, ja, da ist Mehl, dies, das, Hafermilch und Eier drin, vier Stück. Und dann denken die Leute sich, oh, Eier, lecker, ein Kuchen, ja, will ich auch machen so einen Kuchen, mache ich auch. Die gehen dann in den Supermarkt, kaufen sich Eier und unterstützen damit wieder dieses ganze Eierproblematik, Tierleid etc., was damit einhergeht. So, natürlich bist du jetzt nicht dafür verantwortlich, dass diese Leute die Eier kaufen, aber du hast dazu beigetragen zumindest, dass diese Idee, dass Eier Lebensmittel sind und dass wir die essen können problemlos, du hast quasi dazu beigetragen, diesen Gedanken weiter in der Gesellschaft am Leben zu halten, was dann dazu führen kann, dass die Leute in den Supermarkt gehen und Eier kaufen. Weil, selbst wenn du jetzt sagst, ja, da sind vier Eier im Kuchen von unseren geretteten Hühnern, so lange hören die gar nicht mehr. Die hören nur Eier, okay, will ich auch, kaufe ich. Und damit normalisiert man weiterhin, dass man Eier essen kann und sollte. Oder, was natürlich auch passieren kann, die Leute denken sich, ah, okay, Hühner zu Hause haben, will ich auch. Ist ja praktisch. Gehen zum nächsten Züchter, kaufen sich dort Hühner. Was da passiert ist, dass natürlich beim Züchter auch die männlichen aussortiert werden, weil die kann man schlechter verkaufen. Nur die weiblichen werden in der Regel weiterverkauft und auch wieder da hat man dieses ganze System wieder weiter, ja, gefördert, unterstützt, diesen Gedanken weiter verbreitet. Ein anderes Szenario kann natürlich auch sein, wenn man jetzt darüber redet, dass man diese Eier isst und man hat eine große Online-Reichweite. Wie ja, prominentes Beispiel mit dem letzten Robert-Mark-Lehmer-Video passiert ist, wo er in diese Eierindustrie quasi eingeblickt hat und das mit den Worten, ich umschreibe das, verlassen hat das Video, schaut, wo eure Eier herkommen. Und er hat auch in dem Video gesagt, dass die einzigen Eier, die er isst, die sind, die von eben geretteten Hühnern kommen. Also quasi das Beispiel, was ich eben genannt habe. So, jetzt sind wir aber nicht mehr in der Situation, dass jemand zu Hause einen Kuchen gebacken hat und das seinen Nachbarn erzählt oder seiner Familie erzählt, sondern wir reden hier über eine Situation, wo man zu mehreren hunderttausend Menschen spricht, die meistens bei YouTube-Videos, außer bei mir hoffe ich, nicht gut zuhören. Das heißt, selbst wenn man sagt, ich esse nur die Eier von geretteten Hühnern, dann hören die Leute vielleicht nur, ich esse Eier. Den Rest von geretteten Hühnern, das hören die gar nicht mehr, das blenden die aus. Das, bewusst oder unbewusst, kommt auch das Gleiche hinaus. Die denken wieder, ah, sogar der Robert Mark Lehmann oder sogar der Mark Kohammer oder wer auch immer das gerade Video macht, der isst sogar Eier, dann kann ich ja auch Eier essen, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Gehen in den Supermarkt und denken sich, ja, gerettete Hühner, Bio, das ist bestimmt alles das Gleiche und ich kaufe ein Bio-Ei, unterstützen damit wieder diese ganze schreckliche Scheiße. Denn man darf auch nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch immer versteht, was man meint. Wenn ich jetzt sage, ich esse Eier von geretteten Hühnern und jemand sieht zum ersten Mal mich und mein Video und dieses Video, denkt dann, ja, Eier, gerettete Hühner, ja, ich esse auch Eier, kommen halt von einem Bio-Betrieb. Ist ja beides gut. Die verstehen nicht, dass diese Hühner aus der Massentialtung gerettet sind und aufgrund ihrer Züchtung weiterhin Eier legen und man damit umgehen kann und so weiter und so fort. Das wissen die vielleicht alles gar nicht, weil die nicht lang genug in diesem Thema waren. Also man muss ja auch damit rechnen, dass jemand so ein Video sieht, der das noch nie überhaupt einen Berührungspunkt mit diesem Thema hatte. Und dann einfach nur hört, Eier, gerettete Hühner, ja, okay, ich kaufe Eier beim Bauen um die Ecke. Kein Problem. Und setzt das dann alles auf eine Stufe. Das kann auch Teil des Problems sein. Was resultiert, wenn man eben nach außen kommuniziert, dass man diese Eier von geretteten Hühnern isst. Und dafür, dass das wirklich so passiert, dafür habe ich noch ein Beispiel. Das war letzte Woche, glaube ich, habe ich kurz in den Livestream reingeguckt von Robert McLehmann, wo Leute Fragen gestellt haben zu diesem Video. Und eine der Fragen, wie quasi für dieses Video hergeschnitten, kam diese Frage, und ich habe sie nicht selber gestellt, wo kann ich denn diese Eier kaufen? Also Robert McLehmann, nochmal sinngemäß gesagt, ich esse nur Eier von geretteten Hühnern. Und jemand fragte dann im Chat, wo kann ich denn diese Eier kaufen? Und das ist genau das, was ich meine. Solange man nach außen kommuniziert, ich esse noch Eier von, hören die Leute das nicht mehr, denken sich, oh geil, Eier, Eierindustrie ist scheiße, ich will aber trotzdem weiter Eier essen. Wo kann ich denn Eier kaufen? Sag mir doch, wo ich es kaufen kann. Die Antwort ist, es gibt es nicht zu kaufen. Aber das, also für mich zeigt das, was bei den Leuten ankommt. Nicht, Eier essen ist falsch, sondern wo kann ich denn meine Eier noch kaufen? Robert, sag mir doch bitte, wo kann ich Eier kaufen? Ob das seine Intention war oder nicht, es geht darum, was bei den Leuten ankommt. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, nach außen ist die Message viel klarer zu transportieren, denke ich, wenn man sagt, ich esse keine Eier, Punkt. Keine. Nicht von oder unter folgenden Umständen, keine. Esst das nicht, Punkt. Das hat viel mehr Effekt, als ich esse Eier von, unter, Punkt, Punkt, Bedingungen. Weil das verstehen die Leute nicht, bekommen es nicht mit. Blenden es aus, wie auch immer. Da denke ich auch, wenn man diese Situation hat und hat Eier zu Hause oder hat Hühner zu Hause, die eben Eier legen von jetzt geretteten Hühnern, ist es, denke ich, am einfachsten, wenn man diese Eier einfach nicht isst. Weil irgendwann kommt sowieso der Tag, wo man gefragt wird, isst du denn, was machst du denn mit den Eiern, die in deinem Garten sind? Wie gesagt, im Vakuum betrachtet, die zu essen, würde kein Problem verursachen. Aber wenn du jetzt gefragt wirst, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, ja, ich esse diese Eier, was dann zu den Problemen, die ich gerade erläutert habe, führen kann. Oder du sagst, ich esse sie nicht. Also lügst quasi, wenn du sie weiter isst. Deshalb ist es am einfachsten, wenn du nicht lügen willst und nicht willst, dass diese Idee, Eier zu essen, weiter in der Welt kursiert. Ist es am einfachsten, wenn du einfach sagst, ich esse die Eier nicht. Ich lasse sie da liegen, ich verrotte die. Ich lasse sie verrotten. Ich schmeiße sie in den Wald, können sich irgendwelche Raubtiere holen. Keine Ahnung. Oder ich, keine Ahnung, ich packe sie einfach nicht an. Gehört mir nicht. Eklig. Was auch immer. Hat viel mehr Impact als die zu essen und dann eben die ganzen Probleme, die damit resultieren, die ich jetzt erklärt habe. So, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich zusammengefasst. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann, wie gewohnt, im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.